So, da bin ich auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich Fügeschaden mit IOTech-Waffen zu. Ich versuche halt jetzt einfach hier ganz außen links, wo das Lager ist quasi, wir wissen ja alle, die sind halt überall verstreut. Das ist halt quasi immer da, wo ihr vorher gelanden konntet, wo ihr, warte, lass mich lügen, die ganzen Gegenstände zum Beispiel kaputt machen musstet. Und da müsst ihr halt eben landen, da werdet ihr definitiv eine Tech-Kiste finden, da ist immer irgendeine Waffe drin von den Neuen. Und ich werde jetzt einfach hier ganz außen landen. Wundert euch nicht, warum ich halt gerade auch im Cup bin, aber so kann ich die Aufgabe direkt verbinden mit dem Cup zusammen, sodass ich meine 20 Punkte holen kann. Ich denke nämlich einfach mal hier außen, wo die Gegner sind, also beziehungsweise nicht wo die Gegner sind, wo die IO-Waffen sind, da wird eher gar keiner landen, weil die Leute denken ja immer, so können sie sich einen Skin da spielen oder hast du nicht gesehen. Aber ich denke mal, der Cup ist eigentlich relativ uninteressant, denn es gibt gar keinen Skin zu gewinnen. Man kann keinen Skin gewinnen, man kann einfach nur sich das Prey abholen und kann sich das Emoticon abholen. Mehr gibt es da nämlich diesmal komischerweise gar nicht, wundert mich eigentlich. Sonst haben die Leute, also hat Fortnite das immer verbunden mit irgendwelchen Skins, die man gewinnen kann, aber diesmal gibt es leider gar keine. Wir gucken jetzt einfach mal direkt, wo so eine Kiste ist. Ihr könnt die Waffen auch überall random in der Map finden. Das sind halt einfach, ganz simpel gesagt, die ganzen neuen Waffen. Also damit einfach nur 200 Schaden machen. Ich versuche halt jetzt hier direkt einen zu finden, direkt Schaden an der Wache machen. Das wäre natürlich das Beste, was jetzt passieren kann. Aber mehr müsst ihr halt... Ist einer mit mir gekommen? Oder ist es eine Wache? Ich denke mal, es ist eine Wache. Weil da müsste der Schaden eigentlich auch ganz easy zählen. Hat die Wache mich echt gesehen? Nein, tatsächlich. Aber die Wachen sind in Anführungszeichen so lost geworden. Früher waren die Wachen wirklich sowas von stark. Warte mal. Ah, hier haben wir schon eine Kiste. Zack. Und da haben wir auch schon eine Tech-Waffe. Das hier ist quasi die neue Waffe. Das Impulsgewehr. Jetzt einfach in Anführungszeichen einfach. Nur einen Gegner suchen. Jetzt gucke ich gerade, ob hier noch eine Wache rumrennt. Aber hier im ganzen Ding ist nur eine Wache? Lol. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, ach komm, holst du eine Wache weg. Holst du eventuell von der die Wache. Aber hier ist anscheinend nur eine Wache. Hol ich mir gerade noch hier ein bisschen was an Loot mit. Hier ist noch eine Kiste. Und ihr seht, da ist nur ein Sturmgewehr drin. Das wundert mich aber eigentlich. So, geben wir uns mal gerade schnell den Biggie. Okay, dann gucken wir einfach, ob unterwegs irgendwo noch Tiere sind. Oder hast du nicht gesehen? Wie gesagt, ich mache das Ganze halt wirklich jetzt einfach nur random. Einfach nur, um noch die Punkte gerade noch mitzuholen. Weil wir brauchen ja 20 Punkte für das Emoticon. Und das Spray halt 10 Punkte. Gerade mal gucken, ob hier irgendwo Tiere rum sind. Dann müsste es eigentlich ganz easy machbar sein. Weil die meisten, ihr wisst ja inzwischen, wie es ist. In allen Cups wird geschwitzt hoch 8. Das ist wirklich schon eklig geworden, was das betrifft. Aber, wie gesagt, ihr habt hier die Waffe jetzt gesehen. Ich gucke jetzt einfach mal, dass ich hier irgendwo noch ein Tier finde. Irgendwo ein dämliches Huhn oder so. Oder ein Wildschwein von mir. So ein Wolf. Und ob die Aufgabe so zählt. Aber normalerweise sollte das Ganze eigentlich zählen mit Tieren. Natürlich in die Top 50 will ich kommen. Ach komm, wir probieren es einfach bei dem Gegner jetzt da oben. Ja, er schwitzt schon. Ja, zack. Aber trotzdem, ihr habt es gesehen. 99 Schaden gemacht. Das Ganze mache ich einfach immer noch ein, zwei Mal. Und da werde ich die 200 Schaden auch haben. So easy geht das Ganze halt. Holt euch einfach die neuen Waffen. Macht damit 200 Schaden. Und schon könnt ihr euch auch die XP abfarben. Hätte ich jetzt ein bisschen langsamer gemacht, hätte es aufpunktioniert, hätte ich mir nämlich das Huhn holen können. Und hier laufen generell, generell viele Tiere rum. Jetzt habe ich zwar eine Runde verschenkt, aber ich will eh nur die 20 Punkte. Von daher, alles easy. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und haut rein.